hallo leute und willkommen zu einem weiteren video von mir ja in diesem video fängt alles ein bisschen anders an ich will mal einen kanal vorstellen warum wird später noch gesagt ja ich stelle den kanal hallofzer vor den linken überschreibung weil den namen könnt ihr sicherlich nicht durch das hören vom namen aufschreiben ich meine hier könnt ihr es ungefähr sehen h4 lor fsd tz 3 also das könnte ich vergessen ja er macht viele letzte videos ja hier ist auch ein gewinnspiel gewinnspiele oder so was muss ich mir noch selber angucken ja wie gesagt er macht viele schicksalische let's plays also ich hoffe mir von euch dass er dann die 100 abonnenten locker knackt vielleicht auch sogar die 200 also abonniert ihn einfach machst du bei videos hat eine angenehme stimme schon einfach bei bei ihm vorbei und ja hat mich sogar eine abobox was finde ich ja nett werde ich wahrscheinlich auch machen oder sowas ja wie gesagt wird gleich gesagt warum ich denn ihn vorstelle prinzipiell mache ich ja keine kanalvorstellung aber unter gewissen umständen lässt sich das natürlich einrichten genau ja wirk ich habe dieses video gestartet weil wir mal wieder spielen können auf s 13 und s 16 dann haben wir dort auch aura 5 und ja ich rate euch pilze bis heute gespart zu haben ich meine kann jetzt auch nicht mehr sagen vor wegen sport durch pilze bis heute weil man könnte ja nicht mehr sparen weil es ach ihr wisst schon wie ich meine weil ihr könnt ja keine es gibt ja keine tage mehr bis dahin alter schwede manchmal vergesse ich was ich sagen wollte aber ist ja auch egal irgendwann wir sind jetzt im waffenladen und wir können ein bisschen gucken stärker erst mal schlechte rüstungswert und ich will meine 200 rüstung sicherlich nicht aufgeben dann im zauber da was gibt es denn hier schönes nix schon mal kurz in die post ja aber jetzt aufgefallen dass ich habe hier natürlich geschick und intelligenz 1337 das ist ja wohl logisch und ja warum ihr pilze angespannt ansparen sollte beziehungsweise euch holen sollte wir nämlich ein komm schon hier erfahrungs event genau und da solltet ihr die trennen alle locker auf jeden fall spielen also lohnt sich am meisten ich kann mir leider keinen greifen hier holen aber naja kann jetzt auch nicht einwandern muss uns halt mit 30 prozent 3 1 300 alu sein zumindest heute morgen geht ja nicht nur 140 oder so was ja auch kurzen geldenkampf und muss ich mich auch noch gleich melden hier ist der lebensrang von mir ausgelaufen ist irgendwie verließe ziemlich jede kämpfe weil der hat locker lebensrang der auch an der sekunde dann vielleicht nicht aber na gut kunde gegen krieger kannst du vergessen mit so wenig leben von mir gut überspringen wir das und wir werden natürlich locker zwei ziemlich hohe ja 295 schon und 291 genau wir haben ja auch schon den ersten 300er auf lichter schon zwei ich bin ja schon 2300 haben das war robin hood der als erstes 300 war hat nur 126 also den 126 sein schon dort liegen können das ist ziemlich blöd von ihm ich meine hier rhabar barbara hat das schlau angestellt denn sie kann sogar noch den 626 dann legen ja also halt noch die möglichkeit dazu was natürlich einige pilze aber dann wäre sie zumindest der höchste vom ganzen server und das ist schon nicht schlecht so ein gefühl auf was mache ich denn der doch 40 prozent der war nicht gut der war gar nicht gut der soll man natürlich auch recht sein habe ja auch nicht schlecht gritt jetzt eigentlich ich bin immer noch bei dem dann schon hier schaffe ich auch nicht dann tun wir den server nicht verdammt ich bin doof nicht weg machen eigentlich weil wir müssen ja spielen und das habe ich mal wieder vergessen dann gehen wir auf 16 dann hier bin ich stufe 239 befasst 240 hätte ich ja noch die epik waffe zum reinschmeißen aber das wird sich nicht lohnen weil ich du 25 ein aurapon ich haura man da brauche ja waffen war nichts gescheites und hier ist auch nichts gescheites gut aber ich nehme das dabei im zauberland würde ich euch empfehlen immer die sachen für die toilette zu holen weil da sind sie einfach kosten weniger also ja die kosten einfach weniger genau was weniger gold ja hier habe ich leider nur sieben pücher angesprochen keine ahnung so jetzt habe ich hier trainer von 300 muss noch ein bisschen laden hier hat sich noch nichts getan muss ich noch mal reloaden so dann sind wir jetzt hier auf s 18 hier bin ich kurz vor der 214 hier hat ja auch ein bisschen missgeschickt wird sie aber auch glück weil ich hatte im laden noch neueren herzen start das war ganz geil obwohl ich nur die den hut hier suchen wollte weil ich demnächst an die alle attribute epics dann ins klo schmeißen wollte ja und ich habe blöd ich hatte zwar zu wenig ich hatte im moment ein bisschen wenig gold ich hätte nur ein bisschen questen müssen bis ich das gold hätte und ja dann habe ich natürlich schön meine letzte epik waffe verkauft und das war schon weil ich sehr ins klo werfen hätte sollen naja ja nichts im laden im zauberlade sind zwei tränke vielleicht kommt da ja was gescheit sind danach kommt auch nix kurz in die post ja ja das tue ich mir gleich durchlesen moment ehrenhalle wo wir doch mal genau zipfel hat ja ordentlich zugelegt hat von nur 15 bis zu 121 dann die dann gemacht aber jetzt hat er keine dungeons mehr für die nächsten bremsen also die gehen ihm so langsam extremst aus ja aber muss er wissen natürlich reifen wir doch alles an das hat ein klub und start so falls du das video siehst ja ich greife ihn an weil er wenig krit hat und sollte deswegen relativ gewinnt ja seiner lehre kurzen gucken wir kurz den gildenkampf an ja gegen sehnlich da sollte ich gar nicht dran kommen theoretisch kommen wir auch nicht wer als nächstes antrag gekommen na gut wie sind der jetzt so schnell hinter mir gewesen moment das muss jetzt doch erst mal überprüfen weil eigentlich war der jetzt relativ weiß hinter mir okay der hat noch zwei dungeons gelegt ja selber schuldlos ich jetzt dazu sagen na gut hier gehen wir auch noch kurz in die in das wc meinte ich ich weiß gar nicht ob ich heute schon gespielt habe ich spiele das hier unter na ja gut ich habe schon gespielt heute nacht wohl eher ja gut dass du mir hier quest schon mal annehmen bekommen wir auch doppelt so viel erfahrung ist es geil merke ich jetzt hier irgendwie weniger von weil es als gold quest sind habe ich so das gefühl also na ja geben trotzdem gute erfahrung so jetzt sind wir hier auf es 13 wieder genau könnt ihr ja nicht sehen deswegen muss ich das dazu sagen und hier kaufen wir uns das billigste 28.000 natürlich nice aber ich brauche unbedingt die pilze heute ich finde ja auch noch heute einen in der ersten quest das ist relativ gut so jetzt habe ich hier 300 von 300 und ich hoffe einfach dass ich jetzt so zwei und zwei verschwind zwei ewig bekommen komm schon ich glaube es nicht ich glaube es nicht gut jetzt habe ich hier auch auf 5 auf 18 euro 5 und jetzt hier auch noch auf 5 kommt schon kommt und ich habe nur ein einziges glücksepik bekommen willst du mich verarschen das ist echt heftig ach ja was er noch kurz sagen wollte manche haben er vermutet dass ich weil ich habe irgendwie was so angedeutet von wegen aufhören aber das ist sicherlich nicht wegen der toilette glaubt mir leute das ist nicht wegen der toilette gewesen kam vielleicht irgendwie so rüber weil ich mich derzeit auch gespielt habe und ich hätte darüber aufgeregt hat aber das heißt ja nicht so verlegen ja ich habe gespielt habe kein epil kommen auch so verlegen also das ist natürlich schwachsinn ich weiß auch nicht was mir da abging weil ich weiß nicht als ich jetzt gesagt habe da fand ich einfach ein bisschen langweilig weil ich weiß nicht ich tue in der letzten zeit einfach nur die scheiß taverne quests machen ja das ist doch mal eine schöne quest aber nur wirklich nur hier questen und dann kann ich hier nicht legen könnte ich wenn ich pilz hätte habe ich es gibt es angegriffen der böse jung und ja da fand ich einfach ein bisschen langweilig da war ich nicht gemeldet weil ich nicht konnte weil ich war oft wieder auf weite genau erst ab 16 34 hier versuchen wir noch mal den krieger nicht den krieger der hell war ich werde auch nicht wie ihr auf krieger kommen gut also den hatte ich wie gesagt schon mal ab und zu hier aber nur mit flügel tragen können jetzt kann ich ja sowieso knicken hier auch wenn ich ein kundi bin das geht nicht heute werde ich dann easy going level 42 und ja jetzt sind wir hier auf 19 ihr seht dass ich ein paar pilze habe das ist nämlich auch der grund warum ich hier läuft zwar auch immer jetzt vorgestellt habe denn er hat mir einen code gegeben von dieser bild zeit nicht viel bild zeitung von computer bild genau fast 12 gegeben genau und die habe ich hier eingelöst weil mir der sauer am meisten spaß moment gemacht hat weil ich hier eben noch dungeons legen kann und hier steige ich stufen wie am schnörchen sage jetzt mal und ja es macht echt spaß und ja ich muss ich zur gilde spenden weil sowieso nicht relevant ist die 200 gold und ja das macht echt schon und ja dieser kunde macht mir dann im moment von ganzen chance am meisten bock irgendwie und ja moment ist die post ok da bin ich wieder ja joshie hat sich hier anscheinend gelöscht das heißt ich kann es euch kurz zeigen hat einfach zu viele server ja ich hoffe mal dass ich zeigen durfte ich denke aber schon ja um hier macht man real kommt es habe ich glück dass ich ein lebenswerk auch wirklich unter gold gefunden habe und ja 51 94 da geht auf jeden fall mehr da habe ich in den letzten tagen echt viel nachgelassen auch gut hier warte ich immer noch auf den vierten schlüssel der kommt leider nicht dabei muss ich leider immer die rothlich sukobus oder wie auch immer die heißt ausprobieren bzw angreifen der andere ist dann noch mal stufe 60 stufe 56 und eigentlich müsste ich einen 52 haben aber ich weiß ich habe mehr geschickt dann sollte sie schon irgendwann demnächst anliegen das ist ja hier relativ uninteressant bei so einem level aber mir macht es im moment spaß besonders jetzt wenn ich auch an beiden tagen die trainer da spielen kann mit dem exp event immer kurz auf die gilde 80 das ist heftig das haben wir uns auch verdammt viele hier verlassen oder die high level waren und das wirkt sich jetzt auch aus ich meine ja mann höchste hunde okay man ist doch ordentlich viel hohe noch komisch naja ist auch egal naja mal schauen hier habe ich noch zwei epics die alt sind die speichern natürlich fürs klo ja mal schauen eigentlich wollte ich sie schon das klo schon mal aufsparen 45 dauert noch ewig aber ich weiß ja auch nicht wie viel epics ich bekomme und ich glaube wenn irgendjemand lust hat dann müsste er echt mal einen charakter machen der keinen dann ist das stufe 100 macht und ab 100 tut er keine quests mehr machen das heißt es tut dann schon zu machen und tut immer so lange ein dungeon machen bis er ein epics kommt das schmeißt er ins klo und das kann ja im prinzip ja jeden tag machen bis er halt dann geht alles so ausgehen und aber klar das dauert aber auch erst mal ein bisschen weil du hast verdammt viele lange stufe 100 bis dann kannst du glaube ich 60 mindestens schaffen mit ein paar pilzen warte mal ich kann immer kurz schauen aber jetzt vielleicht nicht so 50 okay auch nicht dann vielleicht 350 auch nicht moment fünf und nachkommen ja kommen so langsam hier 99 der sekunde ist bis pilzer der 56 dungeons und das wohl epik mit einem glückseppig naja gut ja das innere geräusch rein helfen wir gerade müssen das war knapp sogar beim dungeon beim quest aber naja gut und da muss er echt immer so lange die damals noch bis an epik kommt das heißt vier angesichts pro tag und bei 60 dann sollte er 15 tage ungefähr immer ein ewig immer reinwerfen können und ja sonst halt immer nur normal items machen und klar die aura wird dann jetzt kann ich mal was 18 zeigen der gerade nicht offen ist moment da habe ich nämlich auch schon und ja da brauche ich 350 mana um das reinzuwerfen das heißt 14 tage für nur normale items und sonst nur 7 tage für die epics das heißt es dauert schon ziemlich lange bis man eine richtig gute aura hat also zum beispiel 10 euro oder sowas und das ist natürlich richtig heftig wenn man damit stufe 100 10 hat weil es ist ja nicht so dass wenn man aura 3 hat dass man dann drei stufen bessere epics bekommen oder generell items es ist ja irgendwie anders diese variation weil ich glaube das ist nämlich auf 1,5 weil ich mit aura 4 schon sechs stufen bessere epics und wenn ich das jetzt mal kurz kurz zeigen darf da zum beispiel 200 gut verdammt das schwachsinn vier mal 1,5 bis 6 genau und das heißt bei zehn mal 1,5 15 seien eigentlich ja logisch ja das tut sich halt dann schon ziemlich auswirken auch wenn es halt lange sauen wird aber ich meine generell die rekord charts die gehen sowieso auf gold und sind eigentlich stadt wachen projekte und was weiß ich und wenn man das halt mit diesem klo dann noch verbindet dann kann man wirklich ab zu 100 die krassesten dann zu legen wenn man wirklich hat auslanderspieler ist beziehungsweise man muss ja nicht mal aufdauer spielen dass er mich muss einmal die stadtwache pro tag annehmen wieder reinhauen und naja bevor man die stadtwache wieder reinhaut einfach irgendein anderes item ins klo werfen dann einfach nur gar nichts machen das ist eine sache von fünf minuten also außer man spielt halt noch bis 100 aber ab der 100 ist es dann gechillt also ja braucht man zwar drei jahre bis man an der rekord hat aber wenn man eine rekorde dann kannst du sicher sein dass da keiner die den stil stehen wird weil ich meine klar du steigst ja auch noch level dadurch dass du dann wenn die dungeons macht dann würde ich weiß nicht best der beste rekord ist dann bei was weiß ich also da von dann schon 100 ich weiß es nicht ganz ehrlich aber so 23 30 dann liegt man zirka noch von bei 100 da würde ich dann einfach mal behaupten dass man dann somit 124 vielleicht oder 25 126 so war drum dann einfach besser geht es einfach nicht beim dungeon 100 aber das hat jetzt eigentlich damit hier im video nicht so wirklich viel zu tun hier müssen wir noch die neue quest annehmen und ja das war ein bisschen viel dummes gelaber aber ich hoffe es hat euch gefallen und ja wie lange man jetzt aufgenommen naja ist ja auch egal bis dann leute tschüss